Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum Xiaomi Poco X3 NFC Smartphone. Und ja, diesen Namen meinen die ernst. Man hat ja bei Xiaomi in letzter Zeit so oft das Problem, hat ein Smartphone von denen NFC verbaut, unterstützt es also kontaktloses Zahlen, zum Beispiel für Google Pay oder nicht. Früher hatten wir bei den Xiaomi Geräten immer die Frage, Band 20, ja oder nein? Jetzt ist halt die NFC-Frage da und oft die Frage, ist es ein Mediatek-Prozessor unter der Haube oder ein Qualcomm? Hier haben wir ein Snapdragon 732G von Qualcomm verbaut. Und ich habe dieses Gerät, es ist vor etlichen Wochen rausgekommen, ganz überraschend, einfach so, hier neues Poco-Smartphone. Und ich habe es in den letzten Wochen sehr oft dabei gehabt, sehr oft getestet, sehr viel verglichen auch, dass ich sagen kann, ich habe es locker drei Wochen jetzt im Einsatz gehabt. Und ich habe mir es wieder nicht leicht gemacht, denn das ist wieder so ein, ich will nicht sagen so ein Fixpunkt, aber es ist wieder so ein Preis-Leistungs-Gerät. Xiaomi selber ruft hier in der Basis-Version mit 64 GB 230 Euro auf. Naja, das ist auf dem Papier. Alle paar Tage ist das Ding aber sogar bei Xiaomi reduziert und bei allen Händlern sowieso, dass man hier sagen kann, die Basis-Version kostet eigentlich nur Pi mal Daumen um die 200 Euro. Und dafür ist das wieder ein 1A-Preis-Leistungs-Gerät. Keine Angst, ich ziehe dem Gerät hier an etlichen Punkten die Uhren lang und ich bin auch der Meinung, die hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Die hätten auch nicht hier mit diesen ganzen High-End-Features werben können, also da rein ballern irgendwie und dabei sind dann die Basics zum Beispiel schlecht. Einfaches Beispiel, ja, sie verbauen hier ein 120-Hertz-Display und werben dann damit auch und sagen 120 Hertz in dieser Preisklasse. Aber objektiv betrachtet ist das ein echt nicht prickelndes Display von der Qualität, dass ich da sehr oft denke, ja, die 120 Hertz sind schön, aber ein gut ausgeleuchtetes Display, keine Flecken oder sowas, oder dann einfach mehr von den Blickwinkeln stabileres Display. Wäre echt schöner, keine Sorge, ihr seht das hier, wenn man gerade drauf guckt, dann sieht das echt gut aus. Aber ein bisschen beim Winkel und das ist nur ein Beispiel von vielen. Trotzdem ist ja bei all diesen Negativpunkten, für den Preis kann man nicht motzen. Das ist so die Standardantwort, die bei mir auch immer im Hinterkopf ist. Und wir gehen jetzt mal die einzelnen Punkte der Reihe nach durch. So, wir gehen jetzt nicht in die Nahaufnahme, weil das jetzt wieder eins von diesen Dingern ist, wo ich einfach hüpfen will. Also, fangen wir der Reihe nach an. Von außen, es ist ein 6,67 Zoll Gerät, vorne, ich glaube, so Gorilla Glass 5 verbaut und der Rest halt Plastik. Es ist ein riesiger Klopper. Das sind zwar nur 215 Gramm, die für einen 5.160 mAh Akku und in der Größe gerät noch leicht wirken. Ja, aber das ist was, hier hat man einen riesigen Oschi in der Hand, ich würde schon fast sagen Klopper. Der ist zwar im Großen und Ganzen vernünftig noch in der Hand zu fassen, wenn man eine größere Hand hat, ja, aber das ist ein riesiges Telefon. Das direkt zur Einschränkung. Dann die Rückseite. Es ist Plastik, Grünststoff, ne? Gibt es in zwei Farben. Hier das Blaue ist noch ein bisschen schöner. Warum sie da hinten so Poku-Poku draufschreiben müssen, na ja, und warum es immer noch nicht die Kooperation mit dem Möbelhaus gibt, was weiß ich. Und ihr seht, ich habe es nicht geputzt und fingerabdruckanfällig ist es wie Hulle. Da will ich gar nicht wissen, wie die schwarze Version dann aussieht. Also, großklobig und plastikmäßig. Trotzdem ist es sowas, wo ich mir denke, ja, das ist noch gut verbaut. Und auch wenn es, sagen wir mal, Richtung 300 Euro kosten würde, würde ich hier so von diesem gesamten Ding nicht dran motzen. Bedienung ist, na ja, ein bisschen schwer. Ich habe den Fingerabdrucksensor immer am Austaste an der rechten Seite. Da komme ich als Rechtshändler problemlos ran. Lauter und leise ist da drüber. Das kann man total knicken zu bedienen. Also, klar, es ist ein großes Telefon. Trotzdem, wo wir gerade bei der Bedienung sind. Hier, guckt mal. Ich habe nach wie vor einen Einhandmodus. Vielen Dank, Xiaomi. Das bedeutet nämlich dann auch wieder, ich bin zum Beispiel hier mein Lieblingsbeispiel. Ich bin bei Instagram, will da oben an die Storys, will nicht umgreifen, sondern gehe einmal, wisch einmal rüber und komme dann auf einmal da ran. So muss das sein, wenn man so große Telefonen baut. Hallo, OnePlus. So, also, das von außen. Passt eigentlich so alles. Display. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Wenn man dann weiß hat und man hat die Ausleuchtungsprobleme oben und das ist nicht das einzige Gerät, was ich gesehen habe in den ganzen Wochen. Wenn man gerade drauf guckt, sieht es vernünftig aus. Aber, ne, Blickwinkelstabilität, Farben hier teilweise, vor allem sobald man von der Seite guckt, das kippt. Die Helligkeit geht in der Regel noch in Ordnung. Jetzt gerade auch, wo es Richtung Herbst, Richtung Winter geht und es nicht mehr so hell draußen ist. Ja, ich will aber nicht wissen, gerade bei diesem stark, wirklich stark reflektierenden Glas vom Display. Ihr seht es, da kommt die Displayhelligkeit nicht gegen an. Ich will nicht wissen, wie das Gerät im Sommer draußen wird es wahrscheinlich echt, echt, echt schwer. Diese 120 Hertz sind ein Träumchen. Ich kann hier in den Einstellungen hingehen und dazwischen wechseln, ob ich jetzt 120 Hertz nutzen möchte oder nur 60 Hertz. Dabei muss man sagen, ja, die 120 Hertz, wenn sie anliegen, schönes Scrollen. Aber bei der Performance ist es oft so, dass ich hier dann doch mal kleinere Ruckler habe. Dabei müssen es noch nicht mal so die High-End-Spiel oder größere oder rechenintensivere 3D-Spiele sein. Nee, ich habe auch immer wieder Ruckler im UI, beim Scrollen hier und wieder, wo ich mir dann denke, die halt bei einem 120 Hertz Display mehr auffallen, weil man ja sonst diese super duper Flüssigkeit gewohnt ist. Und ich will jetzt hier nicht sagen, wenn man von anderen Herstellern 120 Hertz Display auf dem High-Level gewöhnt ist und diese Ruckler nicht hat. Aber das ist halt diese Sache, ich verbaue hier was und sage, ich werbe hier mit so einer krassen Flüssigkeit, dass dann so kleine Ruckler oder Mikro-Ruckler noch mal deutlich, also viel mehr auffallen. Weil man dann Butterweiches haben will und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich kann ja nicht auf der einen Seite 120 Hertz verbauen und mit den ganz Großen mitspielen wollen und auf der anderen Seite aber von der Rechenpower halt nur so untere Mittelklasse so verbauen und die dann oft nicht hinterherkommt. Und dann mit dem UI, ich habe hier im Imui 12 drauf, welches aber auf Android 10 basiert. Ich bin sehr sicher, dass das Gerät Android 11 als Update bekommen wird, aber das ist es halt. Imui 12 ist halt nicht Android 12. Das ist auch wieder so eine Marketingnummer von den Xiaomi-Bären. Und dann, ja, so, trotzdem, für Normalbenutzung reicht das aus. Ich habe hier auch ellenlang drauf gesurft. Dann guckt man halt immer drauf, dass es gerade ist. Das ist so, genau, fängt die Kamera das ein? Das ist so, dass ich kippe es so ein bisschen. Das wirkt in der Kamera jetzt gar nicht so krass vom Unterschied. Aber glaubt mir, zwischen so und so drauf gucken liegen Welten. Und das jetzt noch nicht mal bei weiß und viel Text, sondern egal, was man da draußen macht. So, also ich habe Filme geguckt, rauf und runter und, 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 und. Aber es ist auch oft so ein Ding, wo man sich denkt, ich gucke hier auf diesem Display ein Video, was ich aufgenommen habe. Und dann gucke ich das auf den Monitor und denke mir so, boah, da sieht das hier nochmal deutlich besser aus als in Realität. Aber das ist so oft bei Smartphone-Monitoren. Wechseln wir vom Display auf die Lautsprecher. Stereo-Lautsprecher. Ich hoffe, dieses Video wird nicht zu lang. Denn natürlich geht es um die neuen Apple iPhone 12. Die ganze Kino, das Event. Wie fand ich es? Was wurde alles vorgestellt? Was sind die ganzen Infos, die nachträglich noch gekommen sind? Und wir gehen das jetzt einmal zusammen durch. Und natürlich auch ein kurzer Abgleich mit meiner sehr spontanen Vorhersage. Das ist ein, ich habe Stereo-Lautsprecher. In dieser Kategorie, in einer soliden Qualität. Hier unten kommt, sagen wir mal, zwei Drittel raus, ein Drittel. Aber das Klangerlebnis ist vernünftig. Ich merke einen totalen Unterschied. Ich weiß, und gerade bei größeren Geräten habe ich immer das Gefühl, da merkt man es richtig, wenn dann Stereo-Lautsprecher da sind. Und für 200 Euro so ein Lautsprecher oder so ein Klangerlebnis ist wieder richtig, richtig gut. Das ist das, wenn die beim Display nur halb so viel Mühe gegeben hätten wie bei dem Klangerlebnis. Dann wäre ich hier glücklich und würde Himmelhuchz jauchzen. Auf jeden Fall, Lautsprecher werden okay laut genug, zerren dann nach oben raus natürlich. Aber dann will ich hauptsächlich Lautstärke haben und nicht Klangqualität. Aber im normalen Einsatz passt das. Und vor allem, ich habe keinen Grundrauschen, wenn ich da mit leise Höhe was habe. Radio, Musik, Hörbücher beim Einschlafen oder sowas. Oder ich gucke da, oder habe es nebenher dudeln oder sowas. Schönes Klangerlebnis. Also wirklich, das ist sowas und wenn ich es dann gerade drauf gucke beim Display, dann habe ich hier auch ein audiovisuelles, vernünftiges Ergebnis. Das zu den Lautsprechern. Kamera, machen wir das als nächstes. Das ist hier wieder sowas. Ich habe 64 Megapixel Hauptkamera. Ich glaube Sony der X-H682er. Also gar nicht mal ein verkehrter Chip. Also kann zwar nicht 4K, nein, also 4K 30 kann ich aufnehmen, aber erst mal die Fotos. Hauptkamera taugt was. Also wenn ich, also in den Standardsituationen, ich habe genug Licht, dann ist das hier eine richtig brauchbare Kamera. Weitwinkel geht auch noch so einigermaßen in Ordnung. Die ist glaube ich 13 Megapixel. Und dann habe ich hier wieder 2 Megapixel Makro und 2 Megapixel für Tiefeninformationen. Das ist so Murks. Das ist Spielerei, damit die hier Quadkamera sonst was wieder draufschreiben können. Und jetzt kommt es, warum stöhne ich denn so, wenn das Ding mit der Hauptkamera normale Fotos macht? Ja, aber sobald es dann in die schlimmeren Situationen geht, zu viel Licht oder zu wenig Licht, dann ist das hier wieder ein typisches Poco Smartphone. Dann kannst du in die Tonne kloppen. Ja, wenn ich dann so eine Langzeitbelichtung bei Nacht mache, dann sieht das einiger, ja, aber ich habe so ein Bildrauschen drin. Und das ist das, wo ich mir einfach wünsche. Hätten sie dieses zusätzliche Zeugs einfach weggelassen und einfach eine 0815 Kamera, die normale Fotos macht oder gute Fotos macht, dann wäre das hier deutlich, dann wäre das wieder super. Aber so ziehen sie sozusagen meiner Meinung nach davon Potenzial ab, das eine richtig zu machen und machen da so halbherzig und unbrauchbar den Rest drumherum. So, und das sind die Fotos. Und deswegen, ich bin noch nicht zu Ende, weil bei den Videos, das ist auch so eine Katastrophe. Man nimmt 4K 30 Frames aus und die sehen vielleicht mal gerade so ein bisschen besser als 720p aus. Die Bildstabilisation geht so, aber die Farben, es ist so überzeichnet wieder, wenn ich damit filme. Da denke ich mir, wie könnt ihr das denn bei den Fotos wieder so hinkriegen und beim Video wieder so? Und das so, ich bin hier für die Kamera verantwortlich. Das eine mache ich einigermaßen okay und beim anderen habe ich einfach keinen Bock mehr. Das ist es. Ich reg mich hier so auf, als ob es ein 4, 5, 6, ne? Weil ja, ich höre die einigen schreien und sagen, du, das sind 200 Euro Telefon, was erwartest du? Ja, aber man merkt, das ist so, ich will nicht sagen, vielleicht künstlich beschnitten, damit es nicht noch besser wird. Weil es ist ja wieder die Sache. Kaum ein Hersteller haut so viele Smartphones raus wie Xiaomi. 90 Geräte im Monat gefühlt. Und da muss man genau hingucken, bis man da was Vernünftiges hat. Und das ist ja das Blöde. Wenn Sie dann ein, zwei vernünftige Geräte rausbauen, dann können Sie 85 Prozent der anderen Geräte Ihres Portfolios einfach in die Tonne kloppen, weil das einfach nur, einfach, ja, 20 Megapixel Frontkamera. Schönes Teil, schönes Teil. Also auch wenn ich diese Selza, also wir haben hier eine Punktnotch da drin, wo ich dann drumherum die Schatten habe. Ich weiß nicht, fängt das dann hier mal auf, guck mal hier rein. Das ist hier oben wieder echt nicht, nicht schön. Was aber schön ist, ist die Qualität von den Fotos da. Porträtfotos, aber auch Video. Nicht aus der Hand, das wackelt zu sehr, das Video. Aber damit Video machen geht auch. Ich habe aber ein Rauschen bei der Audioaufnahme, sowohl mit der Hauptkamera, also vorne als auch hinten. Aber die Selfies hiermit sind wirklich, wirklich, wirklich brauchbar. Das ist, das ist hier wieder sowas, so eine 12-Selfie-Kamera-Qualität. In so einem Ding hätte ich nie mit erwartet. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, das ist schön, dass es das hat. Aber da machen Sie es dann richtig, richtig. Und bei anderen Punkten dann wieder so, hä? Performance, Snapdragon 732G. Also im Endeffekt so ein leicht gepimpter 730er. 5G? Nein. Also es wäre ein bisschen zu hart, aber dazu kommen wir gleich noch. 6 GB RAM DDR4 RAM und 64 GB in der Basisversion UFS 2.1 Speicher. Ist okay. Für den Preis absolut super. Allein, dass ich hier so ein Snapdragon drin verbaut habe. Für den Preis müsste ich im Kreis hüpfen. Aber die Kombination ist halt, ne? Das hinkt halt diesem 120-Hertz-Anspruch einfach hinterher. Man ist hier sehr oft, also für ein 200-Euro-Gerät ist das ein Träumchen. Da stimmt auch die Performance. Also ich meine, wir hatten ja, was war meine letzte super-duper Preis-Leistungs-Nummer? Das Redmi Note 8 Pro. Auch so für 150 Euro. Und jetzt kommt das Ding und auch. Echt, echt, echt schön. Deswegen, ich jammer auf hohem Niveau. Und vor allem sind es hier viele Sachen drin, die verbaut, die andere Hersteller jemandem für 800 Euro verticken wollen. Aber das, ja. Also performance-mäßig zu 80% normales Zeug, ne? Einfach rumsurfen, Instagram durchwischen, durch die Timeline da rumhoppeln. Und dann wieder zu Twitter rübergehen und da dann rumgucken und alles. Und dann wieder im Web browsen und sowas und so. Alles vernünftig in der Regel. Zwar hier und da kleine Ruckler, größere Apps warten was. Es ist definitiv keine Spielemaschine. Wie gesagt, ich habe hier mehrere 3D-Spiele sozusagen ausprobiert. Und sogar schon bei den einfachsten Sachen sind da schon Ruckler drin. Deswegen, also zum Spielen, nee. Ja, ich habe am Anfang ja schon gesagt, immer mal wieder ruckelt es. Dass das mit einem Update besser wird, würde ich nicht draufsetzen. Und dass wir hier Software-Updates über Android 11 sehen werden, glaube ich persönlich nicht dran. Das ist halt die Sache, wo dann einer sagt, ja, bevor ich mir ein 400-Euro-Smartphone kaufe, kaufe ich mir halt zwei 200-Euro-Smartphones. Ich würde es auch viel lieber sehen, wenn Xiaomi einfach drei Jahre Update-Garantie gibt und sich da mal zu bekennt. Und das vielleicht ein bisschen netter macht. Was nett ist, welche hervorragende Überleitung. Die Akkulaufzeit. 5.160 mAh kriegst du nicht platt. Oder kriegst du schon platt, aber da musst du dir wirklich Mühe geben. Erstmal die Standardwerte. Eine Stunde Netflix bei Autohelligkeit verbraucht 7 Prozentpunkte. Eine Stunde Netflix bei voller Helligkeit verbraucht 11 Prozentpunkte. Warum bei so einem LCD-Display so wenig Unterschied? Weil das schon im Automatik-Modus sehr hell ist. Bei locker zwei Drittel. Deswegen ist das Ding nicht besonders hell. Da muss es dann schon hoch einsteigen. Auch bei einer normalen Umgebungslichtstärke. Eine Stunde Netflix. Ach, nicht eine Stunde Netflix. Eine Stunde normale Nutzung. Einfach so ein gemütlicher, bunter Mix an Zeugs. Sind so 12 bis 14 Prozent. Je nachdem, wie intensiv das da ist. Wie viel Datendurchsatz ich habe. Was ich da genau mache. Lese ich viel, bewegt sich nichts. Man merkt, diese 120 Hertz Display, das saugt schon am meisten Strom. Könnte man natürlich noch was sparen, wenn man die 120 Hertz ausschaltet und dann nur noch die 60 Hertz benutzt. So, eine Stunde E-Books und Comics geht auch. Aber sogar hier habe ich teilweise Mini-Ruckler beim Seitenumblättern. Oder wenn ich eine neue Seite beim Comic-Book starte, sind 8 Prozentpunkte. Was jetzt richtig schön ist, das Wiederaufladen mit dem beiliegenden Zeug. Ich habe 33 Watt. Xiaomi nennt es jetzt auch Fast Charge. 33 Watt und ich kriege den Akku von 10 auf 100 Prozent in einer Stunde. Richtig, richtig schön. Drahtloses Laden habe ich nicht. Aber bei einem 200 Euro Smartphone ist das das, was ich wieder nicht erwarte. Kommen wir noch zu anderem Zeug. Ich habe Dual-SIM oder ich habe Hybrid-SIM. Ich kann auch eine MicroSD-Karte für mehr Speicher reinpacken. Telefonieren, Empfang damit, Standard. Also für mein Gegenüber ganz normal, für mich ganz normal. Einfach 0815 Telefonqualität. Auch vom Empfang, auch vom Empfang vom WLAN. Alles, sage ich jetzt mal gleich, ist mir nichts aufgefallen. Aber, was mir aufgefallen ist, GPS ist ein bisschen lahmarschig. Das braucht oft mal, sage ich mal, 5 Sekunden länger als andere vergleichbare Smartphones oder Smartphones, die ich sonst habe, wo ich mir denke, komm in die Gänge. Damit geht es trotzdem. Ich kann hier trotzdem navigieren, aber es ist oft so, es dauert ein bisschen. Und je nachdem, wenn ich da vielleicht mit dem Auto unterwegs bin und dann an einer unübersichtlichen Stelle bin und dann genau diese 3, 4, 5 Sekunden, die das Ding länger braucht als andere Smartphones, um sich genau zu entscheiden, in welche Richtung bewege ich mich jetzt hier gerade, da bin ich schon vorbei. So, das dazu. IP-Zertifizierung haben wir, IP53, also nichts wasserdicht, so ein bisschen, was ist das, glaube ich, Spritzwasser, leichte Schauer von der Seite oder sowas. Also am besten nicht ins Wasser fallen lassen. Ich habe einen Kopfhöreranschluss, der ganz normal funktioniert, unten. Und, was ich richtig schön finde, ich habe nach wie vor bei Xiaomi-Geräten Infrarot. Also das Ding als Fernbedienung benutzen, funktioniert auch. Allein, dass sowas noch mit an Bord ist, zusammen mit den Stereo-Lautsprechern, toll. USB-C ist verbaut, aber nur USB 2.0 als Übertragungsstandard. Das kann also mal dauern, wenn ich was hin und her schiebe. Aber auch hier wieder der Punkt, für 200 Euro, absolut total in Ordnung. Allein dieses Infrarot da für 200 Euro verbaut zu sehen, finde ich wieder supi. Über den verbauten Internet-Speicher habe ich mich ja schon ausgelassen. Ah, doch noch drei Punkte vergessen und zwar zweimal entsperren. Der Fingerabdrucksensor an der Seite, ja, funktioniert. Das war jetzt richtig, richtig schnell. Da, gleiche Sache, hat jetzt aber nochmal einen Ticken länger gedauert. Der ist brauchbar. Der funktioniert. Teilweise denke ich mir, sei mal ein bisschen schneller, aber für den Preis absolut super. Was erstaunlich oft echt gut fix funktioniert, Gesichtsentsperrung. Habe ich wieder so eingerichtet, nur drauf gucken und zack, vielleicht kriege ich es mal so. Genau. So, zweimal tippen, dann nur zum Aktivieren. Und sogar, wenn ich um die Ecke gucke, echt, echt, echt schön. Und sobald die Lichtbedingungen schwierig werden, Fingerabdrucksensor, passt einfach alles. Beim Fingerabdrucksensor, der hat so leicht scharfe Kanten hier und da. Also da dann unmöglich rüberrubbeln oder sowas. Nein, 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 nein. So, das dazu noch. Ja, und dann noch, vielleicht noch zum Vergleich, gehört ja jetzt eigentlich ans Ende noch. Aber es gibt, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, das Xiaomi Mi 10T Lite 5G, wie sie ja dazu schreiben. Haben sie ja auch direkt abverkauft, als es jetzt gestartet ist, für 250 Euro. Also ein bisschen Aufpreis hierzu. Das ist fast das gleiche Gerät, gleiche Abmessung, wenn man sich die Hardware alles anguckt. Mit dem Unterschied, anderer Prozessor drin, der dann 5G kann und wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen performanter ist. Dafür haben sie dann bei den Kameras so ein bisschen, naja, zusammengespart. Ich glaube, nicht mehr 13 Megapixel Weitwinkel, sondern nur noch 8. Und die Vorderkamera nur noch 20, aber den Vergleichen machen wir noch. Aber das ist auch wieder sowas, wo man wieder diese Unübersichtlichkeit bei Xiaomi sieht. Wo dann das gleiche Gerät wieder unter 10 anderen Namen. So, und damit sind wir eigentlich am Ende. Einmal komplett rum. So, und jetzt ist es hier. Egal, welchen Punkt ich gesagt habe oder welche Kritik ich geäußert habe. Für 200 Euro ist das in Ordnung. Da kann man nicht motzen. Ich wünschte mir halt nur, ne, so die Kamera auf eins konzentrieren und das dann richtig machen. Die Videoqualität ein bisschen besser anpassen. Ne, piep auf die 120 Hertz. Das kriegt die Performance vom restlichen Telefon sowieso nicht auf allen Leveln vernünftig gespielt. Aber dann lieber ein besseres Displayqualität verbauen. Ne, dann, dann, da hättet ihr auch den Preis ein bisschen mehr anheben können. Aber für 200 Euro, wer auf ein großes Smartphone steht und geringe Erwartungen hat und damit keine Videos filmen will. Ey, also, ne, ich hab's ja gerade aufgezählt, was die Kiste gut und schlecht kann. Ich sag aber auch, es ist ein tolles, also, ja, aber es ist jetzt von, und deswegen hab ich's so lang genutzt. Es ist kein Gerät, wo ich jetzt einfach es jedem empfehle. Oder einfach sage, für die Kohle macht keiner was falsch. Ne, das ist auch nicht so, deswegen, weil es diese paar Schwächen hat oder genau in diesen Punkten hat, ist es kein vernünftiger Allrounder. Wo ich dann einfach sagen kann, kannst du einfach kaufen, machst du nichts mit falsch. Preis-Leistung ist das bestimmt ganz gut. Aber wir hatten andere Geräte dieses Jahr oder in den letzten Monaten. Google Pixel 4a oder auch das OnePlus Nord. 330 Euro aktuell, 390 aktuell. Das hier sind deutlich bessere Gesamtpakete in meinen Augen. Ich weiß, jetzt ruft dir einer, ja, aber das sind 200 Euro doppelter Preis. Ja, sind es auch. Und wenn man es jetzt zerlegt, dann kommt man bestimmt auf den Punkt, das ist bestimmt nicht doppelt so gut in den einzelnen Punkten. Aber vom Gesamterlebnis sind das beide deutlich bessere Geräte. Wäre ja jetzt auch schlimm, wenn sie 75 bis 100 Prozent Aufpreis kosten und es nicht so wäre. Aber das nur vielleicht noch so zur Einordnung, weil wir ja in diesem gerade Preis-Leistungs-Segment viele, viele interessante Sachen hatten. Aber für 200 Euro, irre, super Paket. Ich wünschte mir nur, Xiaomi hätte da ein bisschen mehr Liebe reingesteckt. Dann wäre das mit ein bisschen mehr Arbeit, dann hätte das so toll werden können. So, und das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.